Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Meloni gewinnt mit klarem Sieg bei Europawahl. Die Ergebnisse der letzten Europawahl haben einen klaren Sieger hervorgebracht, Georgia Meloni. Mit einem deutlichen Vorsprung vor ihren politischen Gegnern konnte sie und ihre Partei Fratelli d'Italia einen klaren Wahlsieg einfahren. Nach den offiziell veröffentlichten Ergebnissen hat Melonis Partei, die rechtspopulistische Fratelli d'Italia, weit über 30 Prozent der Stimmen erhalten. Diese Zahl macht sie zur stärksten Kraft im neuen Europäischen Parlament. Dies bedeutet einen erheblichen Zuwachs im Vergleich zu den letzten Wahlen, bei denen die Partei nur knapp über 6 Prozent erreichte. In einer Zeit anhaltender Unsicherheit und wirtschaftlicher Probleme in vielen EU-Mitgliedstaaten hat Melonis Botschaft von nationaler Souveränität und traditionellen Werten mehr Gehör gefunden. Reaktionen auf den Wahlsieg Die Reaktionen auf Melonis Erfolg sind gemischt. Während ihre Anhänger den Sieg als eine Wiederherstellung italienischer Stärke und Unabhängigkeit feiern, zeigen sich ihre politischen Gegner besorgt. Einige prominente Persönlichkeiten und Parteien warnen vor einer weiteren Polarisierung und einer möglichen Bedrohung der europäischen Einheit. Auch in anderen EU-Mitgliedstaaten gibt es geteilte Meinungen. Die rechtspopulistischen Parteien Europas sehen den Erfolg von Meloni als Bestätigung ihrer eigenen politischen Agenda. Im Gegensatz dazu zeigen sich gemäßigte und linke Parteien besorgt über die wachsende Verbreitung nationalistischer und eurokritischer Kräfte in Europa. Die Auswirkungen auf die europäische Politik Meloni hat in ihren ersten Äußerungen nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse betont, dass sie sich für eine tiefgreifende Reform der EU einsetzen werde. Sie fordert eine Rückkehr zu größerer nationaler Souveränität und kritisiert die derzeitige Struktur der EU als ineffizient und undemokratisch. Experten erwarten, dass Meloni ihre neu gewonnene Macht nutzen wird, um bestehende EU-Richtlinien und Verträge zu überarbeiten. Dies könnte zu Spannungen innerhalb der EU führen, insbesondere wenn es um Fragen wie die Verteilung von Flüchtlingen, die Haushaltsdisziplin oder künftige Erweiterungen der Union geht. Eine weitere Konsequenz des Wahlerfolgs könnte ein verstärkter Zusammenhalt innerhalb der nationalistischen und rechtspopulistischen Parteien in Europa sein. Meloni könnte eine zentrale Rolle in der Koordination und möglicherweise sogar in der Vereinigung dieser Parteien spielen, um eine gemeinsame Front gegen die als etabliert empfundenen politischen Kräfte aufzubauen. Fazit und Ausblick Der Wahlsieg von Georgia Meloni und Fratelli d'Italia markiert einen Wendepunkt in der europäischen Politik. Es bleibt abzuwarten, wie die etablierten europäischen Institutionen und die anderen Mitgliedstaaten auf diese Herausforderung reagieren werden. Sicher ist jedoch, dass Melonis Erfolg die Debatte über die Zukunft der EU und ihrer Mitgliedstaaten weiter anheizen wird. Der Einfluss, den Meloni und ihre Partei jetzt haben, könnte auch Auswirkungen auf die innenpolitische Landschaft in Italien haben. Eine gestärkte Position im Europäischen Parlament könnte Meloni ebenfalls helfen, ihre Agenda auf nationaler Ebene durchzusetzen. In den kommenden Monaten und Jahren wird sich zeigen, ob Meloni ihre Versprechungen und Ansprüche in die Tat umsetzen kann und wie dies die Dynamik innerhalb der EU verändern wird. Eine aufregende und möglicherweise turbulente Zeit steht Europa bevor. Angesichts des Wahlergebnisses und der bisherigen Aussagen von Georgia Meloni ist es wahrscheinlich, dass die europäische Politik vor großen Herausforderungen steht. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese zu einer stärkeren Europäischen Union führen oder die Spannungen innerhalb der Gemeinschaft weiter verstärken werden. Quellen Europäische Kommission, Fratelli d'Italia, Politico Reuters, Anita Farke, Montag, 10. Juni, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.